Ein Buschkraftgedicht, Theorie und Praxis, ob beim überregionalen Treffen mit großem Lagerbau oder in den Foren mit dem noch so schönen Know-how, jeder zeigt gerne seine Spielsachen, die taktischen auch, verweist auf andere, die was machen. Ich hab nicht viel dazu zu sagen, hab so manchmal meine Fragen. Nun, die Moral von der Geschichte, die Moral von dem Gedicht, die Theorie allein reicht hier nicht. Drum gehe raus und übe, 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 dich der Waldhandwerkskunst zünftig füge. Sacki, danke für dieses Special Giveaway und ich wünsche dir rutschfeste Sohlen ins neue Jahr. Danke. Danke. Danke.